Musik Grüezi und Willkommen zum Wein-Tipp von Schuler St. Jakobskellerin. Heute aus unserem Weinfachgeschäft in Wedenswil. Bevor ich Ihnen den heutigen Wein präsentiere, möchte ich Ihnen eine spezielle Dienstleistung von Schulern vorstellen. Die Schuler Weinfachgeschäfte führen ein umfangreiches Sortiment mit sorgfältig ausgesuchten Weisspezialitäten aus der ganzen Welt. Frot-, Weiss- und Rosenwein über elegante Liköre und edle Spirituose bis hin zu kostbaren Winzerschampagner und anderen Schaumwein. Wenn Sie mit Wein jemandem Freude machen wollen, sind Sie in den Schuler-Weinfachgeschäften genau richtig. Bei der Auswahl eines geeigneten Geschenks sind Ihnen die kompetenten Weinberater sehr gern behilflich. Von elegante Gläser bis zu edlen Accessoires und ausgesuchten Weinsätzen in den edlen Holzkisten hat die Schuler eine grosse Auswahl für Sie bereits. Gerne, auch individuell nach Ihren Wünschen zusammengestellt. Heute degustieren wir die Selezione Fellini Ammonero. Das ist ein sizilianischer Nero Davola, der gleich vinifiziert worden ist wie Amorone. In der Nase riecht er nach Schokolade, nach Rosinen. Im Gaumen ist er sehr intensiv, vielschichtig und sehr samtig und lang im Abgang. Diesen exklusive Wein empfehle ich Ihnen zu einem Festtagsmenü, wie jetzt in der Weihnachtszeit. Ammonero gibt es in einer streng limitierten Auflage auch als Magnumflasche in einer Holzkistchen. Gerne beraten wir Sie unsere Weinfachgeschäfte, die Sie den Wein kostenlos degustieren können. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Wein-Tipp von Schülern. Und zum Wohl!